Es geht um Bela. Er hat irgendwas. Ich glaube, es ist Allergie. Ich muss mit ihm ins Krankenhaus, aber ich kann nicht. Mein Auto ist weg. Es ist verschwunden. Ja. Verschwunden. Wie kann denn ein Auto verschwinden? Bitte, wie kann ein Auto einfach so verschwinden? 140 PS. 160. Das Beste ist Automatik. Das ist so viel komfortabler. Besonders im Stadtverkehr. Ich bin ja oft in der Stadt. Elektrische Fensterheber? Mhm. Und elektrisches Schiebedach. Das ist wahr. Allehen. Undinden. Aber nach. Ja. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020